Das hier ist Amerika. Amerika ist egal, wie du deine Kohle machst. Der Megaball-Jackport heute Abend liegt bei 156 Millionen Dollar. Ich denke immer wieder an diese alte Frage. Was würdest du tun, wenn du eine Million Dollar hättest? Wow. Sie haben gewonnen. 156 Millionen Dollar. Wow. Wow. Gib mir den verdammten Schein, alter Mann. Gib mir den verdammten Schein, jetzt sofort. 156 Millionen Dollar, was er verdammt. Gib mir den Schein, jetzt sofort. Oh, der hier. Hier ist der hier. Polizei, rutsch. Hey, hey. So, wir machen folgendes. Schalt die verdammten Lichter aus. Heilige fucking Scheiße. Oh, beautiful. 156 Millionen. 156 Millionen. Komm schon, wie ist dein Plan? Es wurde noch keiner reich, ohne ein paar kleine Verbrechen. Die kommen ins Gefängnis. Was war das? Einer war Polizist. Die wahrhaften Coppiller nicht. Die werden hingerichtet. Komm raus. Gib uns den Lottoschein. Was sollen wir machen? Dir muss mal klar werden, in was für einer Situation du dich je befindest. Der Gewinner erzählt die Geschichte. Na, Black. Oder ich verbrenne diesen Schein. Jetzt hast du die Macht. Was willst du damit machen? Danke. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Wednesday, Vielen Dank.